Lisa, was sind denn drei sinnvolle Übungen für den Alltag mit Hund? Also drei wirklich einfache Übungen, die aber sehr effektiv sind, sind einmal Nummer 1, alle Grundkommandos immer mal wieder wiederholen. Sitz, Platz, Aus, Nimm, Rückrufenbleib, das kann man in der Wohnung, im Haus, im Garten, auf jedem Spaziergang üben. Das sollte man auch einfach immer mal wieder zum Reminder üben. Das sind so Sachen, die sollten einfach sitzen. Und es macht dem Hund in der Regel auch immer Spaß, dafür nochmal belohnt zu werden und auch einfach nochmal für einen Sitz wirklich eine Bestätigung, eine Belohnung zu bekommen und dass das wirklich einfach immer, immer sitzt. Egal zu welcher Zeit, egal zu welcher Jahreszeit, egal in welcher Situation, egal vielleicht auch mit welchen Menschen da links rum. Übung Nummer 2 ist in jedem Falle, sich einmal den Körper komplett untersuchen lassen zu können. Das bedeutet, einmal in die Ohren gucken, die Augen angucken, die Schnauze angucken, die Gelenke durchbewegen, die Fötchen bewegen können, damit du einfach, wenn du vielleicht doch mal zum Tierarzt musst oder dein Hund irgendeine Verletzung hat oder du deinen Hund abtrocknen möchtest oder, 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 dass du wirklich problemlos an deinen Hund ran kannst. Das kann man total gut als Übung nutzen und fördert halt parallel gleichzeitig die Bindung, weil alles, was du mit deinem Hund wirklich gut erarbeitest, macht Bindung und schafft total tolle Momente. Und Nummer 3 ist eine ganz wunderschöne Übung, die sich in zwei Unterpunkte unterteilt. Das ist einmal Oberbegriff Orientierung. Das ist einmal die eigenständige Orientierung. Das bedeutet, wenn dein Hund auf dem Spaziergang dich selber anguckt, also immer wieder sich umdreht und fragt, wo bist du denn? Bist du noch da? Hey, ich wollte nur mal gucken, ist alles okay. Das einmal zu belohnen, das einmal zu bestärken, zu sagen, hey, ja, du bist total super, du bist klasse, weiter so. Und einmal wirklich die eingeforderte Orientierung, Aufmerksamkeit, das aktive Schau. Also schau mich mal an, lass das da drüben mal links liegen, sei mal nur bei dir, Focus on me, dass du wirklich dich wegorientierst. Also Orientierung in zwei Unterübungen. Vielen Dank. Das sind auf jeden Fall Sachen, die wir jeden Tag fleißig üben können. Genau, und das sind alles Übungen, die du drin und auch draußen üben kannst. Das heißt, bei Schlechtwetter musst du nicht sagen, Training fällt aus. Nein, Training kann einfach ganz bequem nach Hause drin verlagert werden. Nein, Training kann einfach ganz bequem nach Hause drin verlagert werden.